fränkel frotzelt heute let's play waterpark tycoon der wasservergnügungspark simulator dache da sind wir herzlich willkommen zurück zu unserem let's play waterpark tycoon und wieder an der maus meine maus die mone sag hallo mone guck mal da kann man richtig reingucken hoch ist jetzt los maus so hey was haben die kommen gerade frisch in den park ja alles neu und motzen ja das ist ganz normal das problem hatte ich auch schon ambiente ja was denn du hast den tisch angeklickt das ist viel zu teuer sag ich doch habe ich doch gesagt macht den preis auch sehr niedrig da kommt man aber zu nix ja erhöhen kann man immer noch orientieren du musst den preis erhöhen wenn alle schon da sind dann haben sie keine chance mehr als sie was zu essen kaufen das ist wahr sie sind weit weg die kleiden und so aber die gehen ja hin und her ist denen ja wurscht weiß nicht vielleicht sagt ja gerade einer oh gott ich habe blasen an den füßen okay ich brauche einen neuen pool du hast noch keinen bademeister eingestellt würde ich das vielleicht mal sagen und du hast du den turm eingestellt ja 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 da ja mitarbeiter ganz links unter dem dollar zeichen ganz links da ja du hast auch zum beispiel noch kein gärtner aber du hast ja auch noch keine pflanzen verkäufer hast du ja brauchst du mir das da ja und so läuft das nämlich auch in der wahn im wahren leben da gibt es einer frau keine kreditkarte sonst wird einfach gekauft 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 ohne nachzuschauen was soll ich denn noch ach ja noch ein pool wollte ich bauen zwei meter keine zwei meter will ich nicht mehr so einen zu einer komischen dusche noch hallo ja geht alles nicht so einfach geht es wohl aber nicht so einfach ja wenn damit alle dusche her so sieht sich lustig aus ne mein kopf naja da ist der mund ja naja so muss man noch mal nachschauen in den kommentaren der ausgabe der episode zuvor haben sehr benoten sollen die zuschauer dein tolles gesicht dass kein mensch erkennt ohne erklärung und jetzt bauen wir gerade noch mal den regenwald weil wir ja kein geld mehr haben ja da oben steht es ich habe nicht genug geld ok habe ich überhaupt kein geld mehr muss ich warten da steht da links unten wie viel geld hast 52 52 euro ist vielleicht ein bisschen teurer machen ich glaube nicht dass daran liegt minus 111 es liegt einfach daran dass du einfach geld ausgibst ohne drüber nachzudenken ja aber die leute können essen trinken halt was da los mehr pool objekte ja leck mich doch am arsch der gärtner pisst wieder an die palme gerade er hat nicht viel zu tun ich möchte dich noch mal darauf hinweisen dass du minus 94 euro hast wieso wieso weil du ja auch die mitarbeiter bezahlen muss zum beispiel ach so dann muss ich jetzt weiter welche kündigen es geht aber glaube ich gar nicht aber das gehalt kann wir es festlegen das habe ich auch noch nicht gesehen boah voll die sklaven arbeit erst eingestellt und dann den lohn gekürzt das ja ganz toll da sehr ganz toll müssen alle sparen so kinder schaukeln hier gibt es was zum rutschen hallo leute ich bitte euch hier gibt es da guck hier die super brause du weißt aber schon dass der bademeister nur ein teil des einen beckens überwachten ja das ist ja auch ich glaube du kommst nie wieder auf den grünen zweig das wird nie wieder positiv das geld doch ja jetzt kannst du mal wissen die leute beobachten weil du kannst eh nichts machen gerade du hast verschissen du hast verkackt nein ich habe doch gesagt das ist der gärtner der an die palme pisst ach ne guck mal ach wie schön mit seinem gelben pimmelchen ja und da ploppen sie überall auf die unzufriedenen gesichter nein guck die ist zufrieden ist jetzt hier das ist das mädchen ne ist es nicht das war die frau keine sitzgelegenheiten ja zu wenig halt wahrscheinlich ja okay dann muss ich halt schauen dass ich jetzt vielleicht doch noch eine bank oder was ja du musst erst mal schauen dass du wieder geld hast ja da kriege ich schon noch geld nehmen ja den kredit auf gott ich weiß gar nicht ob man im spiel pleite gehen kann das ist wahrscheinlich gar nicht vorgesehen eigentlich schau was da oben steht aber gleich was auch jetzt geht die kohle hochguck sobald es passt setzt sich da mit banken genau sobald da zwei euro steht bums bank das wird aber nicht gehen die bank kostet ja das ist ja auch völlig egal was alles kostet 5 euro im plus du kannst deine schachtel zigaretten drauf noch ist es toll was leute kauft es tut die schaukeln ist ja ganz gut nach dem mann auf der kinder schaukel hallo ich habe ja gesagt zeigt den zuschauern ein bisschen was dann bitte aber was zum lachen haben obwohl dieses finanzielle versagen ist ja schon lustig genug findest du ja nein so guck mal 22 euro der brüller du weißt dass du am schluss 8000 haben muss ja also ich finde ich aber zwei schöne becken da können sie schön schwimmen ja da irgendwie auch das hat das handy gestört warum weil es kann dann habe ich habe ich jetzt mal ein bisschen weggestellt wir spielen übrigens ohne sound nach wie vor ich habe doch gar nicht geschaut ob es ein patch gibt oder so coole objekte sie mit nix zufrieden es ist zum kotzen ja haben hier billig eintritt bezahlt die rutschen nicht abenteuerlich runter zum teil warte man muss noch mal ranzungen 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 ja schau mal klar claudia for cool hier ist es viel zu teuer ich hau dir gleich eine auf dein bikini vor allem die würde doch hinten um kippen sowie da liegt es freut mich saubere mülleimer vorzufinden ja toll ja liebe leute da draußen es tut mir sehr leid dass wir da jetzt nicht vorankommen weil jemand einfach das ganze geld zum fenster rausgeschmissen hat so gar nicht wahr ja dann speichern wir halt das lohnt monopark speichern raus geht es weiter spielen hallo nochmal gespeichert super was macht der große typ da auf dem kinderspielzeug das kann ja überhaupt gar nicht leiden leute so jetzt schau mal was müssen wir mal ein bisschen mehr kohle machen eintrittspreis nochmals mal teurer etwas können sie auch mal richtig schau mal es kommen sowieso es sind erst 38 leute im park und plus 1 ist glaube ich der zuwachs und jetzt wird das geld erhöht das dann ach ja wir müssen ja abgereiste müssen wir ja schaffen einfach auf maximum setzen den preis den eintrittspreis und dann gehen sie alle wieder so warte mal die wollten pool objekte die sind ja hier ne sprungbrett warte mal ja das ist wahrscheinlich zu tief das becken oder das ist zu teuer wahrscheinlich ich habe kein geld ich habe kein geld tja naja aber guck mal jetzt geht es schon woran das wohl liegt okay was ist das da ach die badegäste also wenn ich jetzt gerade finanzielle situation gerade noch mal angeschaut habe sollte das auch mal bitte noch mal an hier ja da steht überall minus überall monatlicher gewinn minus 2333 im märz ja jetzt geht es wieder bergauf genau vielleicht ist das ja auch so eingerichtet dass das mehr mehr besucher gibt wenn es dann sommer wird so august oder so ne ich glaube schon auch ja dann musst du mal ein bisschen so lange durchhalten weil du kannst ja leider nichts leisten du kannst ja nicht mal eine werbung leisten ein bisschen werbung könntest jetzt machen sprungbrett kann ich mir leisten ich glaube ich dass das becken richtig ist für das sprungbrett ich schätze das becken ist zu flach du kannst mal klicken dann sagt du dir das ich bin so gut nicht genug geld ach wundert es dich wir wollen bisschen mehr ambiente glaube ich na oder sechs gelegenheiten haben sie ja wie gesagt man kann das ja nachschauen wenn man zum beispiel auf das tor links und halb billig die artikel habe ich nämlich nicht erhöht so aber ein bisschen spielzeug glaube ich noch immer kleine hallo die fette bar da kock bin so kinderfreundlich du bist einfach völlig unsparsam die oma am weg da links unten ja natürlich kann die oma das hier den klimmzug und noch einen die gar nicht nur ein die kann 100 klimmzüge die dicke oma da war und dann noch motzen und dann vielleicht soll mehr pool objekte schlampe ich hoffe es geht ihr schlecht ja immer noch 72 euro was könnte ich davon kaufen rechts oben das sei noch null sterne stehen sollte wir auch zu denken geben was da bin ich nicht da würde ich jetzt auch gerne runter rutschen doch warte mal da war ich dem hinterher da ist ein unglück passiert glaube ich oder der rennt irgendwo hin ich glaube da da liegt einer da liegt eine was da jetzt einen titten ja noch das ist keine wiederbelebung das ist eine brust befummelung na los ein unfall zack dreimal aufgedrückt geht sie wieder da jetzt aber reagiert doch mann 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 es ist ja wie baywatch ja nur die frauen sind hässlich auf den knien rutschen die darunter die bekloppen ich glaube das ist so typisches frauen spielen mehr pool objekte wasserpilz ha der brüller zack schau mal da geht es jetzt ab die wilde waren immer am existenzminimum die frau unglaublich so nun ja na ja wollte halt ein bissel was zeigen jetzt machen wir das noch mal von ganz oben der weg zum kack klo ist natürlich wahrscheinlich schon relativ weil ja aber das ist absicht weil dann kriegen sie wieder hunger auf dem weg zurück wenn das so lang ist und durch haben sie die gehen dann raus und haben die schnauze voll nein meinst du soll die näher da hin machen nee das mach ich nicht mach ich nicht aber ein bisschen grünzeug müsste ich vielleicht doch ein bisschen nimm doch mal einen blumentopf den hast du doch gewonnen da links da habe ich überhaupt einen abfall einmal hingestellt ja hast du noch einer wo ist ein blumenbeet bei dem spinat du musst auf das spinat klicken und dann ist da ein blumentopf genau den haben wir nämlich freigeschaltet in der mission zuvor ja du meinst du jetzt hier irgendwo dahinter wenn man schon mal einen hat keine ahnung brüller vor allem man kann ihn sich ja auch leisten und jetzt hast du auch wieder geld sofort raus sofort ausgeben sofort weg schnell was kaufe ich mir zu langsam viel zu langsam muss sofort weg ja 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 ich weiß schon noch irgendwie eine pizza verkäufer habe ich noch nicht mehr ja ja okay in abenteuerdings bums der ist doch wohl ganz ja und dann ist das geld auch auf der helfe schon wieder verschwunden oh cool so da müssen noch ein paar liegen hin was sind sie denn die gewisse ich glaube das da unten da warte mal geh nochmal zurück in das menü ich habe das gerade gesehen ich habe da was ganz schlimmes entdeckt gerade noch gehen wir nochmal auf dieses menü bitte gleich 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 die gewisse hier ne oh guck mal ja der brüller das ist doch super die oma schwimmt über opa rüber was ist jetzt los es läuft ab ich brauche noch ein hausmeister äh 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 ich will nochmal kurz ins menü da war doch gerade das eine menü nicht das das nächste das übernäht oh jetzt wollte ich ihm helfen hast du ihm schnell eine leiter eingebaut weil du hast ja das geld du kannst ja rausschmeißen das geld du hast ja genug da wollt ihr nicht wo soll ich hin dahin ach nein ja vorhin ist es schon zu spät jetzt weiß ich es nicht zu spät ja auf eins dieser menüs da wo du gerade vorher warst nein das nicht das nicht das nicht das da ja guck mal jetzt das ist doch eindeutig ne schleichwerbung da rechts unten wo das da diese diese muscheln ja ja das schaut aus wie schellack was ich wollte jetzt jetzt habe ich vergessen das ist ein produkt placement ja ja du kannst gar nichts du hast ja naja gut jetzt kommt langsam doch ich brauche ein bademeister das war ja das kannst du dir nicht leisten doch nein ganz du nicht du kannst du nicht mal diesen scheiß turm leisten ach komm 137 was kostet das irgendwas ich so lange bis ich die kohle habe und dann stelle ich den dahin natürlich das geld muss ja eigentlich ausgegeben werden bevor es da ist ähm ich glaube 175 kostet es oder so ich muss meinen mein spielplatz ja mit abdecken so genau ach komm um die paar kinder ist nicht schade kostet denn der blöde 175 das ist das was ich gerade vor 20 sekunden gesagt haben diese fuß kommt ein euro ein euro ja ja wir sind wieder am ende dieser episode wenn es euch spaß gemacht hat lasst uns ein like da oder besser gesagt der mohne und dann kommt das nächste mal wieder danke fürs zuschauen und bei bei tschüss